Schu-Time, Folks! Exactly! Und wer uns kennt, weiss, wir starten stylistisch immer bei den Schuhen an. Und heute sind wir bei Reiss Schuess, wo einzigartig ist, es wird scant und dann heisst du deine Schuhe, und zwar… Fürs Leben lang. Genau, so ist es, in allen möglichen Variationen. Ja, und der Mann an meiner Seite ist Dominique, und zwar der Erfinder von Reiss Schuess. Ich bin fasziniert von Schuhen und vor allem die Art, wie du Schuhe machst. Weil bist du überhaupt auf Deko gekommen, so einen Schuh zu produzieren? Also, ich bin in der dritten Generation Schuhmacher. Ich bin quasi in der Schuhwerkstatt aufgewachsen, habe Massschuhe von Hand gemacht und früher industrielle Entwicklung lang, Damenkollektion entwickelt. Ich habe versucht, diese zwei Know-hows zusammenzubringen. Mit einem Nutzen für den Mann, dass er sich einmal vermessen lassen kann und nachher immer die Massschuhe online bestellen und zwar zu einem extrem attraktiven Preis mit einer sehr, sehr hohen Qualität. Wie lange gibt es schon Reiss Schuhe und wo werden überhaupt diese produziert? Hier im Kämmerchen? Nein, nicht ganz. Ich habe im Jahr 2010 angefangen, auf einem weissen Blatt Papier ohne Kunden. Heute haben wir mittlerweile über 10'000 Kunden, die gute Schuhe tragen. Ja, die gute Schuhe tragen in der Schweiz. Wir haben jetzt alles am Anfang selber gemacht. Mittlerweile sind wir in Basel, in Luzern fangen wir jetzt an. Wir sind in drei Standorten in Deutschland, Hamburg, Mannheim und Frankfurt. Also wir sehen, der Bedarf nach guten Schuhen ist gross. Genau. Und die Schuhe entwickeln wir alle in der Toskana. Die werden alle selber entwickeln und werden auch dort produziert von zwei inhabergeführten. Also made in Italy. Genau. Fantastico. Also es funktioniert folgendermassen. Wenn wir das Mass vom Leisten mal haben, vom Fuss für die Passform, wird eigentlich das Design auf der Leiste überdreht. Und vom Leisten weg macht man dann das Schneidmuster. Wir haben hier auch mal ziemlich alle Einzelteile von einem Schuh parat gemacht, damit man sieht, wie das aussieht. Das sind die verschiedenen Schafteile von einem Budenbester zum Beispiel. Wir haben das Futterleder, alle Schneidmuster, wir haben Rahmen, wir haben Absatz, wir haben mit Lauf- und Brandsohlen. Da sieht man mal, wie viele Teile es braucht, um so einen Schuh zu machen. Da sieht man die verschiedenen Farbkarten, die wir haben. Die sind Hand eingefärbte Schuhe und man kann in verschiedenen Farben einfärben. Cliffy, du warst vor vier Wochen da gewesen bei Riss Schuhe und hast dir drei Paar Schuhe bestellt. Was hast du überhaupt ausgesucht und wie ist das gegangen? Wie war so der Ablauf? Also es ist so gegangen, Luis, ich habe online bei Riss Schuhe und einen Termin gebucht, bin ich hierher gekommen, die haben meine Fuss gescannt und jetzt bin ich in ihrem System und kann immer, wenn ich will, Schuhe bestellen. Einfach weg. Einmal dann und immer noch Top-Schuhe. Und was hast du ausgesucht? Ich habe drei Paar Schuhe ausgesucht, aber die sind meine Lieblings, diese Boots, und an der Bibel sind die nicht drin. Das ist ein good choice. Der Boots ist so herrlich und zwar kommt er so ganz clean, genuino, sagen wir mal auf Italienisch, von der Toscana und dann kannst du es einfärben in all diesen Farben, praktisch in zehn Farben, die du willst. Du kannst es auch aufpolieren lassen, mit einem Vintage-Look reinbringen und es hat einen Draht da drin, man kann es auch so schön reinbeugen, dass es wirklich auch die Zungen so aussehen in der Form, in der du sie willst. Einfach ein herrlicher Schuh, ich finde den perfekten Boots auch ein wunderschönes Geschenk. Ein Must für den Winter. So, Le Foix, Cossambia Turquese und noch vieles, vieles mehr, das sind die wunderbaren Farben, in denen man die Schuhe einfärben lassen kann. Und nicht nur die Schuhe, sondern eben auch die Sneakers. Und das finde ich ganz, ganz lässig, weil ein Sneakers gehört heutzutage wirklich in jedem Schuh eine Kaste von einem Herrn. Und wenn man ihn so einfärben kann, plus noch den Gürtel, das ist wichtig, und ich sehe es immer als Stylistin, wenn ich einen Gürtel kaufen möchte, also einen Gürtel aussuchen für den Kunden, und ich leufe manchmal mehr, um den Gürtel zu finden, als den richtigen Schuh. Also wenn man das gerade auf einer erledigen kann, das muss schon stimmen. Gürtel und Schuhe, das muss passen. Ist doch das wunderbar. Wie ein paar Schuhe hast du ausgewählt, geliefert? Genau. Und zwar der schöne Boots. Was muss ich? Ein Double Monk und ein paar Turnschuhe. Muss sein, ein Double Monk, gell? Zu deinem schönen, du trest viel Blau, gell? Ja, ich trage, also ich wollte einen Schuh, einen eleganten Schuh, den ich gerne zu einem Anzug trage. Ich trage gerne dunkelblauen, ich finde dunkelbraun und dunkelblauen sind wunderschön zusammen, passen einfach immer gut. Und das Leder, diese Glattleder finde ich mega, mega schön, mit ganz wenig Dekoration. Es wirkt sehr edel, ist elegant, aber passt supergut. Zu casual. Zu casual. Zu casual, zu Pacino. Also ein allrounder, ein sehr chic allrounder. Dann habe ich die Boots und meine Turnschuhe. Ich bin ausgerüstet. Ich bin ausgerüstet. Eigentlich braucht der Mann nicht viel, aber das Richtige. Ganz genau. Ich finde das Ganze so genial, ich würde das sogar schenken. Und das geht natürlich ohne Probleme und zwar auch in einem schönen Bag. Hier drin ist ein Gucci drin, wo man Massschuhe online bestellen und schenken kann. Luine, damit du nicht nach Hause leer ausgehst, habe ich für dich die schönste Tasche mitgebracht. Eine geflochtene Tasche aus Italien. Von Risch. Von Risch, auch wunderbar. Ich passe ein kleines Geschenk hier rein und dann würden wir. Der Reiz von Risch. Danke schön. Tschüss. Hat euch dieser Tipp gefallen? Dann bitte schön liken. Ganz viel liken. Und wenn ihr weiter schauen wollt, auf diese Seite. Und wenn ihr abonnieren wollt, sind wir immer froh. Wo dann? Auf diese Seite. Tschüss zusammen. Bis zum nächsten Mal. Echt bist du einfach mal? Das ist dabei? Amen! Jawohl! Community 2 Töhn lat ins Z equal? Das Ziel ganz toll пришätte? Wirklich? Schnell, vielensen? Vielen Dank.